Achtung, Kundentäuschung bei Vitalstoffen. Was ist wirklich gut und was ist nur Marketing? Heute im Fokus Maca. Die Maca oder auch Maca-Wurzel genannt oder auch peruanischer Ginseng ist ein Produkt, das im Internet so ziemlich alles verkauft wird. Menstruationsbeschwerden, Wechseljahrsbeschwerden, Potenzmittel und vieles mehr. Was ist da dran? Tatsächlich ist die Grundsubstanz, die in der Maca drin ist, auch in der Lage das zu leisten. Aber reichen die Mengen, die Hersteller angeben? Eine Kapsel getrocknete Maca-Wurzel bewirkt da also nichts. Deswegen setzen wir beim Heilazneihaus auf Extraktionen. Diese Extraktion ist fünfmal stärker als die Maca-Wurzel in Pulverform. Und zusätzlich haben wir den reinen Wirkstoff, der auch wirksam ist, sprich das Pregnenolon, zusätzlich als Reinextrakt mit drin. Und hier ist tatsächlich die Einnahmeempfehlung, auch laut klinischer Studien, eine Kapsel täglich. Wenn dir Transparenz und Qualität wichtig ist, dann...